Das war ja in der Tat das wahrste Kaiserwetter, was wir heute hatten. Also besser hätte es für den Kleckebiermarkt nicht laufen können. Und so konnte ich dann auch hier diese Sonnenbeobachtung hier mit diesem Coronado GST Sonnenteleskop, die HF-Beobachtung, demonstrieren. Die Sonnenstunden waren erheblich mehr als angedacht. Also es waren mindestens 80 Prozent Sonne haben wir gehabt. Temperaturen weit über 20 Grad. Es dürften wo zwischen 22 und 24 etwa gewesen sein. Kaum Wind. Und auch morgen geht es genauso schön weiter. Morgen ist ja bekanntlich der Strandgottesdienst. Da wird es wohl auch nochmal sehr schön werden. Auch über Mittag hinaus, erst zum Nachmittag und Abend. Da könnte es dann wieder gewittrig werden. Allerdings wird es morgen wohl auch den wärmsten Tag geben. Und erst am Montag, da kriegen wir dann schon mal wieder so einen kleinen Absacker. Aber dann ist das Wochenende ja auch vorbei. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, liebe Besucher meines Video-Wetter-Tagebuches. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.